Das 40-jährige Bestehen des Mainzer Madrigalkorps wird dieses Jahr mit drei besonderen Konzerten gefeiert. In einer fünfstimmigen Interpretation verschmelzen die Arrangements zweier befreundeter Komponisten zu einem einmaligen Hörerlebnis. Wir bemühen uns im Rahmen unserer Möglichkeiten, historisch informiert zu musizieren. Gut, dann kommt dann die Nähnchen fest. Was die Musik heute attraktiv macht, ist einfach der Umstand, dass sie einerseits eine sehr gefühlsstarke und vom Gefühlsausdruck her starke Musik ist, aber im Unterschied zur Romantik, die das ja auch ist, wesentlich frischer wirkt, weil einfach die Stereotypen nicht so abgenudelt sind heutzutage. Das heißt, man kann mit seinen Gefühlen bei dieser alten Musik eher sich wiederfinden und das als etwas Authentisches erleben, als beispielsweise romantische Stereotypen, die in jeder Filmmusik schon funktionalisiert werden. Authentische Instrumente gespielt von sensiblen Musikern verstärken die angestrebte Harmonie. Wir begleiten seit 2003 den Mainzer Matrigalchor bei vielen Konzerten als sogenannter Bassokontinuo. So nennt man in der alten Musik die Begleitgruppe, die aus einem tiefen Instrument und einem Tasteninstrument besteht. Das Tasteninstrument ist dann im Ernstfall beim Konzert ein Cembalo, also das Tasteninstrument eigentlich im 16. und 17. Jahrhundert und als tiefes Streichinstrument die Viola da Gamba. Die Atmosphäre des 16. Jahrhunderts wird durch die Tänzerinnen und Tänzer in zeitgenössischen Gewändern vollendet realisiert. Wir tanzen historische Tänze aus der Zeit neu choreografiert. Also es sind neue Tänze direkt auf die Musik choreografiert. Die Besonderheit in diesem Jahr besteht darin, dass der Matrigalchor seit 40 Jahren existiert und seit 40 Jahren zum alternativen Urgestein der regionalen Chorszene gehört, muss man sagen. Wir möchten Sie gerne zu diesem herausragenden kulturellen Ereignis herzlich einladen. Wir sollten unbedingt kommen, weil das hervorragende Musik ist, die leider ganz, ganz selten gespielt wird. Wir Tranquil zu unserem Jahrhundert